Musik Masetto, Leporello, Don Giovanni, ich hab alle Rollen gesungen. Diese Oper steckt in mir. Auch wenn ich drei Jahre die Partitur nicht sehen würde, diese Musik ist Teil meines Lebens. Mit Mozart habe ich angefangen. Mozart ist mein Leben. Auch wenn meine Stimme jetzt vielleicht in eine andere Richtung geht. Musik In dieser Inszenierung liebt Don Giovanni einfach alles. Er lebt im Moment. Er denkt weder nach vorn noch zurück. Wir haben hier keinen psychologischen Zugang. Nein, das hier ist pure Lebensfreude. Musik In der psychologischen Weise. Aber in der Moment. Wie lebt in der Moment. Musik Ich habe viel mit dem Regisseur gesprochen über die verschiedenen psychologischen Zugänge zu Don Giovanni. Aber Sven meinte, lass uns nicht so viel darüber nachdenken, was Don Giovanni gedacht haben könnte. Für mich war das so überraschend, denn ich habe in so vielen Inszenierungen mitgemacht, wo Don Giovanni als depressive Figur dargestellt wurde, der nur die Frauen wegen seiner inneren Leere verführte. Aber ich finde, Sven hat recht. Man sollte es als einen Tag im Leben des Don Giovanni aufführen. Ein mieser Tag, an dem Don Giovanni sein Leben nach dem Mord an dem Kommendatore wieder in den Griff bekommen möchte. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 In den ersten fünf Minuten auf der Bühne bekommst du so einen Adrenalinstoß. Dann spürst du das Publikum und das gibt dir diese Kraft, ein anderer zu werden und in einer Rolle völlig aufzugehen. Das ist wie wenn man in eine andere Welt einsteigt. Das ist wie wenn man in eine andere Welt einsteigt. Das ist wie wenn man in eine andere Welt einsteigt.